Wir freuen uns über das Spiel und wir freuen uns vor allem, dass das Stadion wieder voll sein wird. Wir wissen aber auch, dass es ein schwieriges Spiel wird gegen einen starken Gegner, der seiner Gruppe den ersten Platz geholt hat. Wir wissen, dass der Fussball in Marokko mehr Ansehen bekommen hat, dadurch, dass die Nationalmannschaft ins Halbfinale gekommen ist bei der Weltmeisterschaft. Wir wissen auch, dass sie hervorragende Spiele haben, die sehr gefährlich sind und sehr gut kombinieren können. Dementsprechend sind wir vorbereitet und wissen auch, was zu tun ist. Wir wissen, dass die Räume sehr gut sind und sehr großartig sind. Sie haben eine große Herausforderung, die es auf der Welt zu wissen. Wir wissen, dass die Räume sehr gut sind und die Räume sehr gut sind. Wir wissen, dass wir sehr gut sind und wir sind sehr gut für die Räume. Wir sind sehr gut für die Räume und die Räume sehr gut. Ich glaube nicht, dass wir nicht entscheidend sind. Im letzten Spiel hat der Trainer die Mannschaft gewechselt. Es ist auch die Möglichkeit, sich zu regenerieren. Ich glaube nicht, dass das entscheidend sein wird. Sie werden auch alles dafür tun und ein gutes Ergebnis holen. Sie wollen im Rückspiel schauen, dass sie den Aufstieg erreichen. Ich glaube nicht, dass wir uns da zu locker fühlen oder locker fühlen können. Ich bin überzeugt, dass sie eine gute Mannschaft auf den Platz bringen. Ich bin überzeugt, dass diese Analyse der Analyse ist. Denn sie sind sehr großartig und sehr großartig. Auch in der letzten Zeit haben sie in den letzten Zeit gemacht. Und in der letzten Zeit haben sie in den letzten Zeit gemacht. In der letzten Zeit haben sie gemacht, dass sie sich in den Ausgleichen ermöglichen. Sobald die Analyse ermöglichen, dass sie die Analyse ermöglichen. Ich glaube nicht, dass sie diese Analyse ermöglichen. Wir wissen das. dass sie die Tore erzielt haben. Wir wissen, dass sie gut Fussball spielen können. Das habe ich auch gesehen. Ich habe mir Spiele angeschaut. Dementsprechend hoffen wir natürlich, dass wir morgen vorbereitet sind. Wir spielen zu Hause am vollen Stadion. Es wird natürlich wichtig sein, dass wir zeigen, was wir können, wie wir uns präsentieren. Dementsprechend werde ich natürlich auch die Spiele informieren. Ich habe sie teilweise schon informiert. Wir werden heute auch noch mal eine Besprechung machen. Dann geht es darum, in zwei Spielen zu zeigen, wer das stärkere Team ist. Ich hoffe, dass schlussendlich wir das dann sein werden. Ich habe schon gesagt, ich habe schon gesagt, dass wir das dann haben, ich weiß, dass wir die Rage haben. Ich weiß, die Rage haben, wie ich gesagt habe, wie wir gesagt haben, sehr stark, und ich habe das sehr gut gemacht. Vielen Dank. Wir müssen den Mannschaften mitbekommen, um das Spiel zu verhindern. Wir wünschen, dass wir den Mannschaften mitbekommen können. Und sie müssen es dann auf dem Platz umsetzen. Das ist das für die Spieler. Mit den Fans, ja, es ist erfreulich, dass wieder so viele Fans mit dabei sind. Ich habe das gegen Gila auch schon erfahren dürfen. Das ist fantastisch, die Unterstützung und wie laut es ist. Und dementsprechend hoffen wir natürlich auch für unsere Fans, dass wir morgen ein positives Ergebnis heranspielen können. Wir werden uns bereitstellen, oder? Nein, das ist ein Mann für den Platz. Ich hoffe, wir machen das mit uns. Wir versuchen, die Fans zu spielen. Wir geben ihnen viele Informationen, wir werden sie und ihre Fans geben. Für die Fans, der Spieler, der der auf dem Platz veröffentlicht, und der der auf dem Platz veröffentlicht, und der auf dem Platz wird der Spieler gewonnen. Wir werden sehen, auf dem Platz. Ich bin froh, dass wir die Fans zu spielen. und habe in diesem Platz eine qui-Shit-Shit gehabt. Wir werden sehen, die Fans vor dem Platz, über den Platz gekeboxen. Im Moment habe ich Angst vor dem Platz, und das Leben über den Platz in spielen. Das ist sicher, dass die Fans hier nicht weitest erklären müssen, wir werden uns schon zusammenpassen, und ich sehr hoop, dass sie alle in die Kraft aufrachleien分 dieser Stelle zu kommen sind. Ich hoffe, wenn du bitte ein Konz один, ich bin froh, doch letztend von den Platz waren. und die anderen Menschen wissen, wie es in Europa oder in Afrika gibt. Sie wissen, wie es mit ihnen geht. Es ist nicht nur mit ihnen zu sprechen, weil sie mit ihnen zu sprechen sprechen. Die Kurtsch sind wirklich zu sprechen, und es ist nicht zu sprechen, dass wir viel zu sprechen haben, wenn wir uns nicht in den Bericht haben, sondern wir arbeiten uns in den Bericht und in den Bericht. Und das ist ein Jahr, das ist das, was wir machen. Und heute ist es, Gott, und es ist ein anderes, was wir auf uns zu sagen. Ich glaube, es ist natürlich auch der Unterschied, dass diese Mannschaft sehr großartig ist. Ich habe schon gesagt, dass die Mannschaft alle gesehen haben, dass die Mannschaft alle gesehen hat. Und sie sind mit der Mannschaft in 12 oder 11 oder so. Das ist der Unterschied, dass es viele Mannschaft nicht mehr gibt, in die Mannschaft der Mannschaft. Und sie sind jetzt in der Mannschaft, in der Mannschaft oder in der Mannschaft. Wir wissen, dass dies gut ist und das Zeitpunkt der Zeit, wir haben uns mit vielen Fällen gezwertet. Und zwar am Ende, wir haben uns mit vielen Fällen gezwertet, und wir haben uns auch etwas in den Spiel und die Töpfeilien, auch etwas in den Spiel. Wir haben nicht Angst, dass wir uns nicht Angst haben, sondern wir haben uns nicht Angst, sondern wir haben einen Echtereum für eine Art von den Auslanden, von den Schmall-Afrika oder von einem Auslanden in Afrika. Wir haben eine Echtereum für eine Art von der Zeit, Ja, sie sind tollen, die vorstehen, und sie haben 12 Gespräch. Sie haben viele Gespräch. Und wir haben auch noch ein paar Gespräch. Wir haben heute ein Gespräch. Wir haben heute Abend ein Gespräch. Wir müssen uns auf diese Gespräch und ein Gespräch. Wir haben auch eine große Herausforderung in Afrika. Wir haben auch eine große Herausforderung. Das ist eine wichtige Sache. Wenn wir uns nicht für die Gespräch haben, dann werden wir nicht auf die Gespräch. Aber wir haben auch eine große Herausforderung. Wir haben heute Abend ein Ein Several Herzen gemacht. Wer hat jetzt kommt, dass wir ihnen unsere Augen nicht schützen können. Wir haben heute Abend geschaffen, wir haben heute Abend noch ein Gespräch. Wir haben heute Abend mit euch gemacht. Das ist das wichtig, dass es ein Gespräch ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020